Ja, wie man, wie man, wie sich das verhält. Das ist immer so eine Frage. Wir sagen, wir haben die Absicht für eine Suchbat, wo wir auf diese Frage oder auch auf andere Fragen eingehen, inshallah. Und wir bitten um Erlaubnis vom Propheten Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, und von in der Sahab al-Kiram und Meded vom Barona Sheikh Mohammed Nazem Al-Aqan Arabani, Sheikh Abdul Hafiz, wir bitten um seine Meded, inshallah, und Erlaubnis. Wurde gerade eine Frage gestellt, wie wir entscheiden, wie das zusammenhängt mit der Vorbestimmung, dass Allah das bestimmt hat und unsere Entscheidung dazu. Vielleicht möchtest du antworten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, wir bitten um Unterstützung. Bismillah al-Rahim. Es ist eine gute Frage. Es ist eine sehr gute Frage. Weil der erste Teil der Frage beinhaltet, dass Allah alles vorbestimmt hat. Nicht wahr? Davon gehen wir aus. Dass alles vorbestimmt ist. Everything ist destined, destined, destined. Predestined. 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 Es ist vorbestimmt. Sogar dass du von dem Sitzen jetzt in die Hocke gehst, auf den Knien, es vorbestimmt. und deine Gedanken dazu sind auch vorbestimmt und die Frage ist vorbestimmt und nichts passiert auf dieser Welt und auch sonst nicht auch außerhalb dieser Welt was Allah nicht schon längst weiß und zwar genau wann es passiert wie es passiert und was passiert das weiß er alles das und trotzdem musst du dich entscheiden weil du weißt nicht was Allah bestimmt hat ist ganz einfach du weißt es nicht du weißt nicht ob er das oder das bestimmt hat für dich oder jenes oder dieses oder diesen Weg oder das weißt du nicht also was bleibt dir übrig als dein Bestes zu versuchen du gibst dein Bestes in allem was du tust und in allem was du beabsichtigst es ist eine Frage eine gute Frage und 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 wir sagen dass Allah knows alles und he predestined alles und du kannst es und And he knows everything what is happening in this universe. He knows you are sitting, you are standing, you are breathing, you are thinking, how you do the things. He knows already. Before you do it, he knows. Because before you were, before, 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 he knew it. And he knows what is coming. He knows what is your past and he knows what is your future. It's in the Holy Quran, Ayat al-Kursi. So, his question is, how to decide what you must decide. You are in the position to decide. Between two things or three things or this or that, you have to decide. Because simply you don't know. Kinder, setz euch hin! Oder geht woanders spielen. Oder die Mütter müssen aufpassen und die Väter. Das geht nicht. Wir können nicht hier alles zerstören wegen Kindertrubbel. Das geht nicht. Was haben wir gesagt? Nichts. Alles weg. Was haben wir gesagt zum Schluss? Keiner wissen mehr. Wir müssen trotzdem entscheiden. We have to decide. Simply, because we don't know what Allah decided. What he was ordering. What he was predestining. You don't know. And it is good for you that you don't know. Because there may be some things, heavy things maybe, you cannot carry. You cannot carry. But he knows. But he knows. You can, you know that he knows. Because he said, I know. Allah weiß, he knows your destiny. He knows your destiny, each one of you, each one of us. He knows our destiny. What is our destiny. What is our destiny? How we are living? What we are doing? When we are doing? What we are doing? When we are dying? When we are sick? When we are sick? When we are healthy? When we are weak? He knows all that. He knows with which people you are coming together. At what time you come with them together. Why you come with them together. What is happening between you and other people. He knows all this. There is all and all things. There is wisdom. In his creation, there is wisdom. In everything. Ja, es ist überall Weisheit. In allem, was passiert. Er weiß, dein Schicksal, unser Schicksal. Von jedem Einzelnen von uns kennt er unser Schicksal. Er weiß, wie viele Atemzüge wir haben. In diesem Leben. Im weltlichen Leben. Wie viele Atemzüge. Sind abgezählt. Wenn der letzte kommt, ist Vardal. Nächste. Nächste Tür. In der letzten Atemzüge kommen ist. Er weiß es. Er weiß deine Krankheiten. Er weiß, wenn du gesund bist. Er weiß, wenn du stark bist. Er weiß, wenn du schwach bist. Er weiß, wann du wo bist. Mit wem du zusammenkommst. In welcher Konditionierung. Warum und was passiert. Weiß ja alles. Das ist alles Schicksal. Das ist alles Schicksal. Wenn wir sagen Schicksal, Schicksal, Schicksal. Das ist Allahs wunderbare Schöpfung. Allahs wunderbare, perfekte Schöpfung. Es ist perfekt. Es ist nicht irgendwie nicht, nicht perfekt. Es ist perfekt. Es ist eine perfekte Schöpfung. Wir sind in der perfekten Weise. Alles ist in der perfekten Weise. Alles ist perfekt. Morana Sheikh Nasim was saying. Everything is perfect. Only you are not perfect. Alles ist perfekt. Nur wir sind nicht perfekt. Wir sind dazu da, perfekt zu werden. Das ist unser Ziel. Wenn du perfekt bist, ein Zeichen dafür ist, dass du übereinstimmst. 100% übereinstimmst mit Allahs Bestimmung. Hast du verstanden, Kasper? Oder nicht? Das ist perfekt. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich meine, wir haben kein Level und so. Wir erzählen hier Coffee Talk. Das ist klar. Wir machen Coffee Talk. Unser Level ist Coffee Talk. Our Level. But still, we are intending a Sokpa. We are intending to say to Morana Sheikh, please be with us. Give us something for our hearts. And at the time of Sheikh Abdullah Darastani, when somebody was making like this in the Sokpa, finish. Yeah. That is the reason, you see. You are... Some things are clear. from his... From his... From his... What he destined. What he wants. Because he is saying in the Holy Quran and in the... And through Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam what he is intending. He say some things. Not the detailed things from your destiny, but he is saying that I created you to serve me. I created you to reach that perfection. To be perfect. Perfect. You are perfect in that moment when you agree with your destiny. When you are perfect. You agree with everything what Allah is doing. Everything. Every happening. Everything. You are agreeing. You are saying, yes, oh my lord. Yes. And even if it's terrible and I don't like it and it's against my ego. I'm saying, yes, oh my lord. You know better and there is wisdom behind it. Allah sagt uns teilweise über seine Bestimmung gibt er uns Bushra Nachrichten an den Menschen. Er sagt zum Beispiel warum er den Menschen erschaffen hat. Für seinen Dienst, für den Dienst an ihm. Und ihn zu kennen. Ihn zu kennen. Der beste Dienst ist der Dienst ihn zu kennen. Seine Manifestationen, seine schönen Namen, durch die er sich in dieser Welt manifestiert, zu kennen. Kennen zu lernen. Und dadurch dich selber kennen zu lernen. Und er will dich perfekt. Er will dich zur Perfektion bringen. Zu seiner Perfektion. Wenn du perfekt bist, eines der Zeichen, wenn du perfekt bist, ist, dass du übereinstimmst mit dem, was er bestimmt hat. Es ist nicht die Frage, wie soll ich mich entscheiden. Es ist schon längst entschieden, wie du dich entscheidest. Du entscheidest dich dafür, seine Entscheidungen anzunehmen. Das gibt dir Perfektion. Das ist in Richtung Perfektion. Ihn anzunehmen, allem was er tut. Im Schlechten und dem Guten. Wir wissen ja, das ist ja, sagt, das ist eben eines der Dinge, die ich gerade sage. Er hat, sagt uns, ich habe das Gute und das Schlechte erschaffen. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Ich habe das Gute und das Schlechte erschaffen. Also, beides ist von ihm. Also sage ich zu beidem, ja Allah, danke, wenn es mir nicht gefällt, wenn ich sie auch nicht leiden kann, nicht ertragen kann und ich wütend werde und traurig werde und es ist schwierig zu ertragen, sage ich trotzdem, es ist seine Bestimmung. Du bestimmst überein mit seinem Willen. Das ist das Ziel des Menschen. Übereinzustimmen. Mit dem Willen des Menschen. Mit dem Willen seines Schöpfers. Mit dem Willen des Schöpfers übereinzustimmen. Das ist eine Grundentscheidung. Die Entscheidung musst du einfach fällen. Wie du dich im Einzelnen entscheidest, da tust du immer dein Bestes. Du musst dein Bestes geben. Und der Prophet hat gesagt, was ist das Beste? Was ist das Beste? In vielen Fällen, er hat dir tausend Fälle gesagt, tausend Fälle, wo er sagt, tu das in diesem Fall, tu das in jenem Fall, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die führt dich sicher zur Perfektion. Yes, you have to do, to follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, and what he said, and what is to decide in certain things, you have to decide for the best. You must decide for the best. That means, you take, if you need, you take advice from Prophet sallallahu alaihi wa sallam, as much as you can, and advice from your Sheikh, who is a representative of the Prophet in this time. And you need a Sheikh, you need a living Sheikh, sometimes to ask advice, and then you can decide. There is also istikhara, the istikhara prayer. Seven nights before you sleep, you pray two rakats, and you ask, if you have to decide between two things, you ask Allah that he show you what is the right thing to decide. And then you ask him to give you the power to, that is very important in this du'a, that most people, they forget this. Whatever you decide, ya Allah, give me the power that I can accept it and do it, even it was against my ego, I was the other, I want the other. But you said the other one, but I need the power to accept your advice, your decision. ja, es gibt das Isikhara-Gebet, ja, man muss sich zum Besten entscheiden, nach bestem Wissen und Gewissen und man soll sich beraten, man kann sich beraten mit dem Propheten, salallahu alaihi wa sallam, mit seiner Sunnah und du brauchst aber einen Sheikh, einen lebendigen Sheikh, der den Propheten vertritt in dieser Zeit, um ihn eventuell um Rat zu fragen, um Entscheidungen zu fragen, Weil er hat mehr Einblick in dein Schicksal. Ein echter Scheich, ein echter Meister, der kennt dein Schicksal. Nicht, dass er es kennt wie auf dem Blatt Papier. Allah gibt ihm die Kenntnis. Allah gibt ihm, was immer er ihm gibt. Wenn es notwendig ist, gibt er ihm die Kenntnis deines Schicksals. Dann ist er ein richtiger Scheich. Yes, you have a Scheich who is with you, representing Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. And if he is a real Scheich, he knows your destiny. By what? By Allah's will. By Allah's will. Allah gives to whom ever he wills. And he gives whatever he will to someone, whoever he will, he will give. To his friends, he will give the knowledge about someone, about his destiny. Why not? To help him to come to his destiny. Yes, to help him. Monana Sheikh Nasim was always saying, I'm not doing anything. I put you on your destiny. Sheikh Nasim, der hat immer gesagt, ich mache gar nichts. Ich manipuliere nicht oder mache irgendwas. Ich bringe dich nur auf deinen Weg, auf deinen Schicksalsweg. Ich helfe dir, auf deinen Schicksalsweg zu kommen. Gehen musst du selber. You have to walk yourself. But I put you on the way. I put you on the destiny way. And you have to decide always. That is the wisdom of Allah Almighty, subhanahu wa ta'ala, that he is letting us to decide for the good. There is always a test. Are you deciding for good or for bad? Are you deciding for your ego or against your ego? Are you deciding for Allah, for Auliyah, for Prophet or for your ego? That is always the question. Er bringt uns in die Prüfung dadurch. Wir werden immer geprüft, für was wir uns entscheiden. Entscheiden wir uns für Allah, Allah zufrieden, versuchen Allah zufrieden zu machen, den Propheten zufrieden zu machen, den Sheikh zufrieden zu machen, dein Herz zufrieden zu machen, für diese Sache oder für dein Ego. Oder entscheidest du dich für dein Ego? Ich entscheide mich für mein Ego. Ich möchte meine Ego-Ideen, meine Ego-Sachen und ich beklage mich über diese Welt und es ist so furchtbar und ich bin rausgeschmissen worden und ich die und diese, das, mein Auto ist kaputt gegangen und ich mit weltlichen Dingen klage ich und klage und klage. Oder ich sage, nein, alles ist richtig. Allah schickt mir diese Schwierigkeiten aus einer Weisheit heraus. Er schickt mir die Schwierigkeiten, damit ich aufwache. Er will mich damit ziehen eigentlich zu sich. Jetzt zieht er mir auch noch eine Krankheit, jetzt habe ich auch noch Rückenschmerzen und auch noch dies und das und lauter Krankheiten. Yahoo und ich renne von Arzt zu Arzt. Und ich klage auch überall, ich bin so krank, ich bin so krank. Und es ist dafür, dass er dich zieht. Al-Razadi sagt, ich ziehe die Diener, Allah zieht seine Diener zu sich durch Krankheit. Das sind die Seile, an denen Allah seine Diener zu sich zieht. Krankheit zum Beispiel, Krankheit. Wir lieben nicht die Krankheit, liebt jemand Krankheit? Und doch musst du zufrieden sein damit. Al-Razadi was saying that sickness, for instance. We are complaining about everything. Complaining about the world. This is not perfect, that is not perfect. My car broke down, I was thrown out from the job. I have no job, I have no nothing. I'm quarreling with that one, this one, that one. Oh, it's a terrible change. Listen, listen, what I have to say to you. Putting all this nonsense in front of the sheikh. Complaining. Complaining is forbidden. It's forbidden. How you can complain about what you want to complain? You are a human being, MashaAllah. Look how I created you. He created you perfect. In the perfect way. To reach perfection, you need for your heart and for your spirit to reach perfection. You need to purify your heart. You are here for purification, your heart. Purification means to throw out everything what is not Allah. That is destiny. To throw out everything what is not Allah from your heart. That is our aim. One of our aims. Then they are complaining and they are sitting in front of the sheikh. And then they complain to sheikh Nazim, to Moran, sheikh Mehmed. They are complaining. Oh, this happened. That happened. My business. Can you pray for me? I need a wife. I need a house. I need a car. I need... And everything happened. It was so terrible. And I'm sick also. And my wife is sick. And he is sick. Sickness is the ropes with which Allah subhanahu wa ta'ala is drawing near his servants. Because if he is not sick, he will sleep. His consciousness is not awakening. He is not awakening. He is not awakening. There is wisdom. There is wisdom in everything. It's all destiny. All of it. And you must decide for the best. It's not... If he show you your destiny, he is not showing. By wisdom, he is not showing. You cannot carry. We had one brother. He was very old. He was 80. More than 80. And he didn't do the khilvat. Khilvat is in Naqshbandi way. 40 days to be in seclusion. It means to cut yourself off from this world for 40 days. Completely. Like a dead one. You start the khilvat with a prayer for the dead. For your ego. Yes. That brother, he couldn't do it. What happened? He got a sickness. I think a stroke or something like this. A stroke. And he was in coma. He was in coma. 40, exactly 40 days. And the 40, after the 40 days, he wake up. And he was changed. He was changed. Allah giving you also khilvat through this. Hast du verstanden? War einer, der hat, der ist schon über 80 und der hat nie khilvat gemacht. Als Naqshbandi machst du normalerweise khilvat. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber bis vor einiger Zeit gab es noch khilvat. 40 Tage. Abgeschnitten von der Welt zu sein. Das ist der Zyklurische. Also ein Zyklurai ist der Sinn davon. Du bist abgeschnitten von der Welt, eben damit nur Allah da ist und da, ja, du bist eigentlich tot. Wenn du, man fängt an mit der khilvat, indem man das Totengebet über sich selbst betet. Über sein Ego. Ja, khilvat. Jetzt kann nicht jeder khilvat machen. Jetzt, Allah tut aber trotzdem seine Diener erziehen und ranziehen an sich, zu sich ranziehen. Dann hat er diesen Bruder, der ist über 80, hat er einen, glaube ich, einen Gehirnschlag oder sowas ähnlich bekommen, einen Schlaganfall. Auf jeden Fall, der lag 40, genau 40 Tage lag der im Koma. 40 Tage lang. Koma. Koma, Koma. Jeden Tag, nach dem 40. Tag, aufgewacht. Das war ein Zeichen. Was hat Allah mit ihm gemacht, wo der da gelegen hat, die ganze Zeit. Er hat ihn perfektioniert. Was man auch sehen konnte. Er hat ihm die Ergebnisse von der khilvat gegeben. Es ist eine, du denkst, es ist ganz schlimm, aber es ist nicht schlimm, es ist gut. Es steht auch im Koran an einer Stelle, dass der Mensch denkt, es ist für ihn etwas gut und es ist schlecht für ihn. Richtig schlecht. Und er denkt an etwas und dass es schlecht für ihn ist und es ist sehr gut für ihn. Es ist richtig, es ist richtig, es ist gut für ihn, es ist gut für mich, aber es ist sehr schlecht für ihn. Und das ist der beste für ihn. Weil du hast alles zu sehen, dein Leben, dein Leben, dein Leben und dein Leben und dein Leben und dein Leben. Und dein Leben und dein Leben, dein Leben und dein Leben und dein Leben. Du hast es in der relationen zu den hierheren. Du musst alles in Bezug, dein Leben und was passiert mit dir, alles in deiner Arbeit und was du denkst, was du fühlst und wie du dich entwickelst, musst du in Bezug setzen auf das Jenseits. Es kommt aufs Jenseits drauf an. Es kommt nicht drauf an, wie soll das denn hier, auf was soll das denn hier ankommen? Auf was denn? Also ich wüsste jetzt nichts gerade. Was nimmst du mit? Deinen Professortitel, den kannst du auch nicht mitnehmen. Deinen Doktortitel auch nicht. Dein Auto auch schlecht. Passt nicht rein. Und dein Haus ist auch, du kriegst da eine kleine Wohnung, 80 mal 2 Meter zum Schluss. Was nimmst du mit? Sag mir irgendeine Sache, die du mitnimmst von dieser Welt, außer deine guten Entscheidungen. Was nimmst du mitnehmen? Your title, your luxury, your money, even your family, your car, your house. Do you take something with you to the hereafter? Anything? Is there something you take to the hereafter? Yes, there is something. It's your good decisions, your right decisions, your good deeds, and your good intentions even. Even if you couldn't do it, but you're intending to have the right decision, that gives you a relief in the hereafter and gives you stations in the hereafter, gives you a happy life and eternal happiness, eternal happiness, eternal beauty, eternal light, eternal perfection, everything eternal, everything... superlative, superlative. Everything what you can think of, you cannot think about this. It is surpassing your thinking, what is awaiting you in the hereafter. It's surpassing, 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 surpassing your thinking. You cannot think, you cannot imagine, what is awaiting you in the hereafter. Allah is not saying, oh, I create some animals and then some people. They are also animals, more or less. And I let them to kill each other and do this and do that. And then I put them in hell. It's not like this. He created you to be the highest. He honored you. He loves you. He loves you. He created you from love, out of love. and he makes you honor. He gives you honor. That is enough to know. You don't have to know how I decide, what I decide. No, no. You decide the best. You decide, you decide to be the good. Because Allah will, he loves you, he loves us and gives us Ehre without end. Ehre without end. So it is not important, you decide this or that. You decide the best, inshallah, with Allah's help and with your help. And with your help, you take the best. Und nimm an, was Allah schickt. Wir müssen es annehmen. Wir müssen es annehmen und unser Bestes tun, inshallah. Hast du noch, Kaswa, wolltest du noch was fragen? Du bist nicht zufrieden mit der Antwort, ne? Was? Sehr zufrieden. Sehr zufrieden? Das ist nur ein großes Thema. Ja, das ist ein großes Thema, aber das ist auch klar. Hast du noch eine Frage dazu? Nicht direkt jetzt. Nicht direkt. Gut. Alhamdulillah. Ja, das ist ein großes Thema. Vielen Dank.